so ich habe ein Buch bestellt und ich mache das Paket auf und hoffe, dass das Produkt drin ist und es handelt sich um das Oxford Spanish Dictionary The Rolls Most Trusted Dictionary ist ein einsprachiges Wörterbuch in Spanisch ich mache das mal gerade auf mit einem Einwandtisch eingelassen ist es zwar nicht weiter schlimm hier unten so es ist mit englischen Übersetzungen ach, das ist gut es ist zweisprachig ich dachte, es ist ein einsprachiges sehr schön, ich habe auch kein zweisprachiges Spanisch ja dann kann ich damit arbeiten zeige ich dann, was ich damit gemacht habe tschüss das ist das ist das ist das ist das ist das ist Vielen Dank.